Wir kommen zum nächsten Kampf. K1 in der Klasse bis 78 Kilo, angesetzt auf drei Runden a zwei Minuten. Dieser Kampf wird präsentiert von der Firma PFK, Professionelle Fahrzeugpflege Kessner, Ihr kompetenter Partner sowie Ansprechpartner für Fahrzeugpflege. Ich rufe als erstes in die rote Ecke vom La Familia Fight Club hier in Halle, Oliver Mücke Schröter! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich rufe seinen Gegner in die blaue Ecke von der Muay Thai Gruppe in Leipzig, Riccardo Fromm! Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich darf Ihnen beide Kämpfer vorstellen. In der Roten Necke, er ist 24 Jahre alt, 1,86 Meter groß, gewogen mit 77,9 Kilogramm. Er wird betreut durch Matthias Weber. Bisher sieben Kämpfe, 30er, zwei Lille lagen, zwei unentschieden. Zwei seiner Siege beendet er vorzeitig durch Knockout. Vom La Familia Fight Club hier in Halle, Oliver Mücke Schröter. Das ist ein Gegenüber in der Blauen Necke, 27 Jahre alt, 1,84 groß, gewogen mit 77,7 Kilogramm. Er wird betreut durch Rodrigo Döll. Er bestreitet heute seinen fünften Kampf und er kommt von der Beuteilgruppe in Leipzig, Riccardo Fromm. Er ist ein Gegenüber. Reich frei für die erste Runde, Round 1. Wir leben hier! Ja, ja, ja! Kanzlerin, Kanzlerin, Kanzlerin! Leute, abzustehen wir das nicht mehr! Ja! 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 Meine Abitur! Komm! 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 Pero brave! Kommen! Ende der ersten Runde. Säcke jetzt auf, Betreuer bitte aus dem Ring. Und der Reich frei für die zweite Runde, Round 2. Round 2. Round 3. 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 Round 4. Round 4. Glockenzeichen, Glockenzeichen! Agnes Kultus! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.